die er kam zurück zu die Biene Maja Katschmoan Weasel in Gefahr mit der zweiten Welt dem ersten Level weiter geht's bin gespannt eine Arme oh und ein Fall wieder ja ja eine Böse Raupe ha ausgetrickt ähm okay f retrie hihihi vow natürlich wurscht zb ein vöhnig Töhnig rein hihihi klacklack Bana ich habe schon hier bin ich jetzt hier bedrohung oder so ähnlich ohne raubel neuer gegner das wurde gebracht nötig die wichtig wenn ich verbracht wieder hochkam nein da waren da war eine blüte drinnen oder so ähnlich die Behörde die nicht eben ist er in der Videobeschreibung nachschauen weitere spannende Letztlich hier die Besserung die Meier Die Pfeil war zwar obvious, aber Weiß nicht, wofür er war Was hoch Was hat mitgekommen keiner? Lass ihn mal rumpeilen Was soll er denn noch fallen? Ja, ich weiß, aber Ähm Auch Na komm Blöde Raupe, wiss ich Oh, bin ich da schon ein bisschen runter Ach, du Raupe, ne? Raupe sind diese Tiefen Gegner Hier, raus Rauben Mehr die Zeitraum Wir waren nach rechts Oh my god Die Blüten zeigen einen Weg Ich kann da hochjumpen Sind mir wieder ein Weg Ne, die waren nur, dass ich die einsammel Ähm Tchia, Tchia Neymu Zack ein angreifender und ein verteidiger kopf sprung oder schon mal kein feststellt machen auch noch nicht nötig ich bin in dem erwarten einfach alles um klatschen was mich erwartet kontrahlangriff jetzt habe ich meine energie direkt wieder bekommen knack jetzt einfach mal hier oben keine ahnung was auf mich wartet er hat es machen aber herrschen teil von diesen blüten jetzt gesammelt aber wenn er eigentlich zehn minuten passen ja aber ich schaue ich dann dadurch nur als ein level und hier ist ein secret oder so ähnlich das möchte ich erforschen fähig ist ja auch das levelende ähm nein egal okay wir sind nach oben vielleicht auch machen weiter rechts und weg gegner die mich verhindern die mehr dran in der wollen weil das kann sie war nicht heran hin und das werde kommen aber die schildern weigerlich im weg dinge und das ist die dann schon wieder ein zweites level muss ich ja machen weil kann jetzt nicht nach sechs mit dem schluss machen ich habe hier nichts gefunden geil wenn man das alles finden kann im level oder was also nach links gehen obligatorisch achso das bringt einfach nur mehr punkte kling 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 doch gelacht wenn ich euch nicht einfach so besiegen kann ok das ist die weil die starke leid es war ja unschön wenn man ehrlich ist ja ja also wird hier eine kinder spiel aber schweißer sagen verdammt der schweißer sagt ein trübbel und ein kreer auf den und die farbe das händler mit der fernander truppen lassen wir kommen Wurzeln der Richter Weg auch schön aber noch mal auf zack zack der Weg am Ende in den Landglocken da haben wir auch wenn wir mal den pfeil die raupe die man weg da kann ich erledigen ach wir haben unsere energie zurück da oben geht es anscheinend lang auch wenn der pfeil sagt oh geh mal ganz runden mann sollte ich auch den pfeil hören wohl auch doch hier hatten wir doch wusste ich gar nicht aber nehm ich einfach mal an hier wer wirklich mal weiter nach oben wohl jetzt wird er hinführen hier noch mal den honig kosten honig blüten mal nicht knacks knacks und weiter nach rechts hm das verstehe ich weiter nach rechts also nach rechts und dann noch unten öh wohl auch nicht hier man blöd platziert schau schau ja da das habe ich aber auch erst gesehen ok ok naja ja das ziel aber auch fies na gut das waren zwei ich habe es geschafft bin einfach 10 bis 12 minuten also gut gut bis zum nächsten mal